Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von TechTV. Mein Name ist Moritz und ich gebe euch heute eine kleine Info. Wir sind gerade auf dem Funable.eu Minecraft Server. Gut, es gibt nämlich eine kleine Ankündigung diesmal. Wir werden, also die Jungs von TechTV, werden ein kleines Minecraft Projekt starten. Und zwar kein um als Minecraft Projekt, sondern es ist ein Minecraft TechItLite Projekt. Das heißt, wir werden insgesamt acht Leute sein, die auf unserem TechItLite Server zusammenspielen. Dazu zu sagen ist, zwei von euch können noch mitmachen. Das heißt, wenn ihr gerade jetzt dieses Video seht, mindestens 14 Jahre alt seid, Minecraft Premium habt und genügend PC-Leistung für TechItLite, dann könnt ihr noch mitmachen. Also zwei Leute, wenn ihr mitmachen wollt, schreibt eine kurze Werbung, wo drin steht Name und das Alter. Euer Minecraft-Name wäre ganz sinnvoll, damit wir den auf die Whitelist schreiben können, wenn wir euch auswählen. Und eben, warum ihr mitmachen wollt. Ihr könnt uns dann auch eine Facebook-Page von euch geben oder einen YouTube-Kanal, je nachdem. Den verlinken wir dann jedes Mal unter unseren Videos. Zudem könnt ihr dann natürlich auch aufnehmen, bei euch auf euren Kanälen senden. Okay, schreibt uns einfach eine Kurzbewerbung, wenn ihr mitmachen wollt. Eben, wie gesagt, zwei Leute. Wir losen dann am Ende aus, wer mitmacht. Okay, dann wünschen wir euch noch viel Spaß. In zwei Wochen wird das ganze Projekt starten. Ein Sendeschluss für die Bewerbung ist der... Ich muss gucken, wenn ich das Video hochlade. Heute ist der 27. Am 28.30 Uhr hochladen. Dann ist der Einzendeschluss ca. Am... 2. Ah, am 3. Am 3. September 2013 ist der Einzendeschluss für die Bewerbung. Und dann werden wir auslosen. Wie gesagt, eine Kurzbewerbung. Name, Alter. Warum ihr mitmachen wollt. Euer Minecraft-Name, YouTube. Oder auch wenn ihr ein Facebook-Page habt, könnt ihr es auch dazu schreiben. Und wir kontaktieren euch dann, ob ihr mitmacht oder nicht. Also, viel Spaß noch. Und... Tschüss.